hallo herzlich willkommen wir sind wieder zu dritt auf den wunderschönen projekt wie heißt es wir sind zu dritt okay alles klar vergiss halt martin ja okay martin martin ist ja auch dabei also gut wie waren die koordinaten schreib sie bitte noch mal 16 78 ok weiter wir sind genau die falsche richtung schäm dich ja schreibt der klassiker allein der name also der der name ist schon so ein klassiker für sich ne hast du eine rüstung ja der hat sich ja vom turm so eisenblöcke besorgt so ein klassiker ist das jetzt auch alter aber ich fast in den dings das ist aber schon ganz schön krass dass da einfach so iron blöcke da gewesen sind ja ein bisschen op ja man wird hier relativ schnell op und ist halt aus der wie soll man sagen später wird halt noch op hier je nachdem was wir so finden ja ich kann es einfach öffnen dann siehst du die kordis auch 16 78 ja das ist ja eigentlich gleich da gibt es eigentlich auch so eine rüstung wo man unter wasser länger atmen kann ja die gibt es auch meine nicht also klar es gibt so eine portion aber ja es geht für alles eigentlich eine rüstung besonders bei hexet ist es ist es der mod wo man auch so atombomben machen kann eine new quatsch guck mal eben schnell nach ich glaube aber man kann ja man kann ja sogar danach schon im winter das ist so richtig geil so für uns ist das ja alles noch neuland man kann ja man kann ja sogar was eintippen neuland war krass wenn man jetzt einfach th eingibt dann gibt es hier sowas das ist schon ziemlich ziemlich klassisch wieder klassiker so das haus hat man eigentlich diese folge vor also ich wollte ja anfangen auszubauen und hier mal eine farm anfangen also dass wir essen haben ok hast ne ahnung ich werde so ein bisschen diamanten und alles also du kannst du machen ok ist ist das nicht auch so hier dass man jahre hat die was erstes noch mal aber nicht gerade dumm diese diese komischen hochfliegteile da das ist der staff das wird ein staff sein keine jetpacks wir haben einen staff dafür dann dann können wir durch die gegend fliegen viel schneller ok und die chokobus halt mit dem kann man auffliegen wo bist du bis 16 16 78 78 78 ja gar nicht sein doch achten oh mein gott wir vor sie haben da gibt es ja auch noch die z-achse sehr schön da haben wir aber mal wieder nicht drauf geachtet da bist du mir gerade zu behindern ich hab dich ja auch verloren kranky gibt es das oder klassiker ist aber mir das ist das wenigstens noch gut man kann sich überfressen damit alles klar weiß ich bescheid so der ist ein bisschen kohle ist er vielleicht noch ein bisschen iron blöcke da hinten das wäre auch schon ganz schön ein bisschen blöcke blöcke oder ja warum blöcke heißt ja 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 dann mache ich nämlich hier so eine richtig krasse farben hin ich hätte schon mal zuckerrohr nice nehmt alles was wir haben können ich habe schon 32 zuckerrohr ich habe richtig viel zuckerrohr ach das ist bestimmt so ein chokobo hat melon ja ich habe auch melon ah das ist ein chokobo wie kann ich ihn reiten dafür brauche ich einen sattel oder ne kommen wir mit desto mehr haben wir so ein büro wie kann man hier noch mal die koordinaten anzeigen lassen oben rechts stehen die koordinaten unter der minimap nö bei mir nicht meine minimap ist auch weg muss ich m drücken was ja m ja aber die minimap ist bei mir nicht eingeblendet ok ziemlich seltsam muss ich mal soeben sagen wahrscheinlich weil ich eben ja die ganzen f-tassen gedrückt hast wuch findet nicht mal der klassiker klassisch ja ja so also ja ich glaube ich bin auch zu doof dafür wenn ich das auch nicht man kann auch aus so einem boot craften oder ach wir werden so viel machen aber man kann das auch mit f3 oder so machen ah ja äh t ah da kommt schon der klassiker 16 78 78 ok ok ich bin auch gleich hier ich glaube wir schwimmen ganz klassisch außen rum so so dann kommt hier nämlich so eine kleine farm hin ah ich seh euch ich seh euch schon hast du denn noch ein bisschen essen oder so das wäre eigentlich ganz schön ganz schön ja oh ne 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 wir machen das anders oh da seh ich n chicken ah der ist getötet doll ey wo langschirne nein die chicken nicht killen daraus will ich die Eier nehmen so wir machen nämlich warum warum ist da so so ein scheiße haufen da auf ich weiß nicht ob wir uns das zeug mitgenommen hat also ich bin los wir wollen wir jetzt ein haus hin wir suchen uns erstmal ein gutes material was wir dafür oder klassiker ist auch am start ich glaube aber ich glaube ich habe ein spawner gefunden ich suche oder geht das ging doch in hexet dass man die so zusammen bastelt oh mein internet ist abgeschmiert gut dann muss ich das kurz eben schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder ne bis denn ja nice dass du auch mal wieder da guten tag der typ mit dem schlechten internet ist wieder da wurde zwar gerade gekickt wo ich dir so eine challenge gestellt habe ja tut mir leid zählt jetzt nicht mehr dafür hat sie bekommen ja war easy okay dann geht's ich will nicht mehr so krasse sachen machen sondern nur so klassische du wirst doch mit der ersten folge richtig viel arbeit haben denn ich weiß das ist schon ich weiß das ist schon ich weiß das ist schon oh das ist das grün an der baum pink nieder grün ja man konnte doch die baumstämme so schneiden ja mit so einer schneideaxt ja ja boah sehr schön wenn ich das jetzt wüsste wie die hieß eine schere einfach nur wollte ich jetzt nur sagen wo ja hier gibt es sogar ein wie nennt man sowas ein fuchs keine ahnung gut dann bauen wir jetzt unser häuschen benutzen wir glaube ich erstmal für den anfang cobblestone was anderes haben wir nichts boah ja krass Michael ist das eine hand von Wasser häns護 Alter handic PRESOM anayoriger nicht wie viel holz habe ich glaube schon dass..? relativ viel holz hast ne und besonders im kopf ».Dirja ist預 also wenn ich du wäre ne dann würd ich aber jetzt so zuschauer lachen da einblenden als ich den witz gebracht habe dass glaubst du in diese ja euch beide ne Okay Alter, das wird so eine scheiß Arbeit sein Ja Vor allen Dingen, ich höre mir meine Let's Plays nie nochmal an Ist so dumm, ich höre meine immer an Ja, weil so eine eigene Videos halt total steht Ohne Scheiß, ich höre meine immer an Hey, hier ist eine Pflanze, die leuchtet Das kann doch geil sein Die muss ich sogar abbauen So Hast du zufällig noch drei Eisen übrig? Pass auf, hier ist ein Bär unterwegs Oh, scheiße Oh, den willst du, hast du ja schon mal gebracht Ja Nee, hab ich nicht Was kannst du denn mit Mit goldenen Gravel machen? Daraus machen wir Kleine Goldstücke Nee, nee, daraus kriegen wir Gold Logischerweise Gibt's hier eine Ah, eine Säckmüll? Nee, gibt's nicht, schade Das wäre gut gewesen, weil dann hätte ich mich damit Komplett ausgekannt Was hast du hier vor? Hier kommt das Feld hin Hier kommt ein Weg nach oben Ah, das klappt Da hat er aber mal wieder die Künste ausgepackt Gut Und da geht's dann Das könnte gut werden, ja Könnte ein bisschen ausleuchten Ja, ein bisschen ausleuchten Ein bisschen Luft Dann hat irgendwer eine Eisenspitzhacke Ja Kannst du dir bei mir abholen Der Klassiker fragt das Brauch unbedingt Essen Abessen Ist jetzt gerade mein Problem Wo bist du denn? Beim Haus Ist gar nicht so geil Okay, dann geh ich jetzt mal schnell zum Haus So Hast du viel Essen oder nur so ein bisschen Essen? Ja, du wirst voll werden Genügend Ja So Dann komm 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 Auch offline bauen Das haben wir uns so Ja Das wird auch später halt der Fall sein Hauptsache der Content stimmt, ne? Und dass die Zuschauer halt auch immer was mitbekommen Wenn das irgendwas Wichtiges ist Ebenso Bosskämpfe werden wir garantiert Nicht offscreen machen Also ich werde das schon offscreen machen Oh, dann kümmerst du dich nicht um deine Zuschauer Also Leute, wüsst ihr Bescheid bei mir? Könnt ihr das dann sehen, ne? Ein bisschen Werbung machen, oder? So wie Fossi Ja, weißt du, Fossi Hallo und herzlich willkommen zu Ohne Jump League Schaut mal auf meinem Kanal vorbei Nein, so habe ich das nicht gesagt Also wenn ich du wäre Wenn ich du wäre Fossi und Vpain Würde ich jetzt meinen Kanalnamen mal richtig fett einblenden Für 10 Sekunden Und dann noch abonnieren drunter Kanalnamen? Ja, mein Kanal Ja, dein Kanalnamen Achso Breakdance Nein, nein Zu spät, zu spät Viel zu spät Du hast Kanalnamen gesagt Achso, ich bin's hier Sorry, vergessen Ich bin ein bisschen retarded Okay Das war jetzt nicht so klassisch Ich habe ein neues Lieblingswort gefunden hier Klassiker Hast du was zufrieden? Hast du drei Essen? Dann krieg ich dir Essen hier Gib mal Essen bitte, ja Gib drei Eisen Übrigens, wenn ihr ein Crafting Table nochmal zu irgendwas craftet Also einfach ins Crafting Menü Dann kriegt ihr eine Crafting Station Die Crafting Station ist das Besondere Wenn ihr Items reinlegt Und ihr drückt ihr Also geht da raus Climb, die da drin liegen Habt ihr noch ein bisschen mehr Essen? Ja, hier Ja Danke Äh, Raspberries und Blackberries Echt? Für die Schachtung Ja Gebratene Schweinefleisch Äh, lass mal unsere Kiste machen Damit wir jetzt mal ganz kurz was einlagern können Uh Hier wird ja schon was Erschaffen quasi Lass mal unsere Kisten markieren Dass jeder so seine eigene hat Nein So ein Gemeinschaftsprojekt hier Komm Ja, was man aber aussagen muss Ich hoffe, mein Telefon hört man gerade nicht Ähm Jetzt die Arme jetzt Alter, so laut Fossi Also Fossi, ne Wenn ich du wäre, ne Ich sehe die Lampen Dann würde ich Komplett Die Lautstärke des Telefons Richtig laut machen Dass man es extra hört In deiner Aufnahme Ha Das ist richtig verhindert, Alter Dann muss ich mein Telefon aber gerade Holen Das heißt Du bist dafür verantwortlich Dass man gerade nichts sieht Ja, okay Bei mir Ja, okay Aber ich kann reden Und dabei halt aufstehen Und so Und ich muss gerade aber erst Mein Telefon suchen Das ist natürlich sehr geil Ne, das tust du einfach aus dem Hintergrund Ernehmen und richtig laut machen Ja, ja So Pack ich jetzt mal alles rein So, größte Lautstärke Wenn ihr jetzt jemand nochmal anruft Dann Ne, ich Nein, ich meine das so Ähm Du hast ja Im Hintergrund das abspielen lassen Also das War ja am Abspielen Und dass du das eben richtig laut machst Alter, das ist so behindert teilweise Ach, das was man gehört hat Ja Das ist schon Ja Ziemlich unklassisch Ich bin nämlich mal der Klassiker klassisch Also Freunde Wenn ich Du wär Wenn ich du wär Will ich einen Counter Für immer wenn ich klassisch gesagt hab Immer einblenden Wer Und zwar Fossi und Vorpain Du bist schon so Du hast Ich hab schon Drei Sachen von dir Nix da Und außerdem war das meine Aufgabe Wie behindert ist das denn Wenn du meine Aufgabe nimmst Nix da Nix da Sonst nimmst du ja gleich ein Grabstein Jo Da drückt er sich gegen die Aufgabe Ähm Hat jemand Aus was machen wir den Boden? Ich hab schon drei Sachen Ähm Das kontrollieren wir Holz Holz Aus was machen wir dann die Mauern? Also so das hier Äh Holz Nein, nein Wir brauchen auf jeden Fall einen Farbunterschied Oder irgendwas steiliges Ach du meinst Du meinst Holz und Holz? Ja Ich baue mich jetzt mal irgendwo runter Gut dann Geht mal auf ne Höhlentour oder so Dass wir schon mal ein bisschen Ja ich mach ich mach ne Höhlentour Alles klar Äh dann komm ich aber mit Was wir auf jeden Fall Wo sind sie? Was haben Dass wir das ein bisschen bauen können Was denn? Wo sind sie? Eigentlich sollte ich besser mit auf ne Höhlentour gehen Da Komm lass mal alle zusammen auf ne Höhlentour gehen Und das Haus bauen wir später Okay Ja okay Weil Ja ja ich bringt halt nix Wenn ihr irgendein Ohr findet Und ihr nicht wisst was das bringt Habt ihr noch Stein zufällig? Wir haben noch keine Rüstung und nix Ja hier Ich mach mir ein bisschen Ich mach uns mal aus dem Rest Eisen ein bisschen Zeugs Äh Wofür brauchst du Steine? Soll ich dir irgendwas machen? Ne ne ich hab schon alles Okay Voll geil mit so einem Boot rumzufallen Dann mach ich für Klassiker auch noch ein bisschen Rüstung Ich Ach du meinst für den Klassiker? Ja Für den Klassiker So Dann Dann bekomm Dann nehm ich mir noch nen Helm da raus So Fossi Ja bitte Hier bitte schön Danke Für was auch immer Ich hab dir da Nix hingeschmissen Ne Scheiße Cobblestone Brauchst du Cobblestone? Ne ich brauche Da ist die Hier alles los Dein Oh okay Alles los Oh hier sind ganz viele Monster Wie auch immer die Glaive nicht Jetzt verwendet Ne So Ähm Hexical Essence Das ist gut Bringt das? Hexical Diamond Die sterben ja schon von der Leine Die Tribal Rüstung Die Tribal Rüstung Und die Thies Hood Oh das sind richtig gute Rüstungen Das sind richtig gute Rüstungen Wir brauchen unbedingt Hexical Essence Das sind diese Blumen Da müssen wir unbedingt dran denken In woher kriegt man die? Ja das sind einfach so Blumen Blumen Ja Richtig kreativ Gibt es irgendwelche Steine Die unbedingt toll sind? Ähm Ja wir gehen jetzt zusammen Auf ne Höhentür Wo bist du? Achso ich bin schon In meiner Höhle Mann du scheiß Egoist Ganz ehrlich Ist so Ähm Ich so sagt er Ähm Cranky wenn ich du wäre ne Da würde ich als Intro Ne Großaufnahme von deiner Webcam machen Und sagen Ich bin ein Egoist Ja es funktioniert Guck mal Ähm Fossi Geh mal ein bisschen von mir weg Jetzt schaut mal auf mich Ich wäre viermal Stone Echsen Da 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 Brauchst du jetzt Satan oder was? Ne schaut mal jetzt Boah Was passiert da? Hast du es gesehen? War das nicht ewig? Jetzt Jetzt müsstest du mir eigentlich Ja Meteorit ist magnetisch Die Aufgabe geben Äh So einen Asiaten So einen erstaunten Asiaten rein zu editieren Ne mach ich nicht Ist scheiße Oh Richtig scheißaufgabe Wenn ich dran denke Ja ich Ich werde mir sowieso alles nochmal ansehen müssen Hier Klassiker Ja Und wieder Guck mal Klassiker Ich werfe dir die zu Geht mir so schlecht Ich hab's passiert in dir alles Folge glaube ich Kaum was gemacht Ich hab euch gesucht Und das war's Ja okay Ja nice Ähm Spannender Content Ja wo bist du denn jetzt Cranky Äh Wir sind hier auf einer Insel Minus 196 Als ob wir jetzt zu dir kommen Komm ganz ehrlich Fossi und Klassiker Wir gehen jetzt alleine auf eine Höhlen Tour Also ganz ehrlich ne Aber keine Lust drauf Wenn der Ego ist Dass er sich wieder irgendwo hin verpasst Habt ihr nicht nötig oder? Nö haben wir überhaupt nicht nötig Ich hab viel aktive Ragoninnen als du deswegen So ein Waster Von Diamanten Wie in normalen Spielen Ach Diamond brauchst du Nach einer Zeit nicht mehr Echt? Oh ich hab Eisen Ähm Weiß nicht was wir alles noch finden werden Das Ja aber nach was such ich dann da eigentlich Jetzt hier in diesem Spiel? Nach allem erstmal Wir brauchen ja alles Ja einfach alles abbauen Hä? Sonst kann ich endlich mal wieder Sound Ne jetzt mal ohne Scheiß Soll ich jetzt Wirklich Handy machen Ja ohne Scheiß Ja dann bitte lift den Server Ha 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 Achtung gestern Wow Aua Okay hier gibt's Hier gibt's jetzt Beef Warte muss ich wohl ein bisschen Ausgrünndiamanten suchen Okay ich muss mir eben Stein äh Schwert machen gehen Ja okay Also von meiner Seite War's das dann jetzt schon wieder Von diesem krass Spannenden Part Ähm Gewonnen Die zwei Sind natürlich in der Videobeschreibung Weil die ja auch sowas Von hier machen Ähm Nur mal so als kurze Nebeninfo Noch so zum Projekt Es wird Nicht immer sein Dass jetzt hier alle online sind Man nimmt auch alleine mal auf Also Ihr müsst euch da jetzt nicht wundern Falls wir da mal alleine aufnehmen Oder mal was nicht zeigen Das ist wie gesagt ganz normal Aber wir werden Irgendwas Ums cooles noch überlegen Dass wir halt vielleicht Wöchentlich Oder alle zwei Wochen Mal ein so ein Event machen Weiß ich jetzt gerade auch noch nicht Was und wie und wo Ja PVP eventuell so Wär eigentlich schon geil Ja so PVP irgendwie Was so was cooles Ausdenken mit vielleicht Neuen Waffen Ich weiß es ja selbst Gibt es nicht was es hier gibt Ja 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 Das werden wir Das werden richtig geile Kämpfe Ne Echt Ja Also Hexel ist wirklich PVP Egal gut gemacht Ach okay Also da werden wir schon so einiges Mitmachen können Der Capone hat sich eine eigene Kiste gemacht Ja richtig Richtig abgehoben Aber das war es dann von der Dann loopen wir die mal eben Bis dahin macht's gut Ciao Tschüss Tschüss